In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die numerische Integration einer Differenzialgleichung erster Ordnung mit Hilfe des Euler-Verfahrens durchführen kann. Als erstes, wann ist die numerische Integration eines Degels überhaupt notwendig? Naja, es gibt ja zwei Kriterien. Das erste ist, wenn die Differenzialgleichung nicht elementar lösbar ist. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, eine Lösungsfunktion exakt aufzustellen. Und zweitens, wenn die Lösung vom Rechenaufwand zu aufwendig ist. Wie bei vielen anderen Lösungsansätzen für Differenzialgleichung muss man auch beim Euler-Verfahren ein paar Schritte in einer gewissen Reihenfolge durchführen und damit ist die Sache schon erledigt. Um genauer zu sein, handelt es sich hier um eine Iterationsformel, oder vereinfacht gesagt eine wiederholbare Formel, die immer zum Ziel führt, wenn man sie natürlich anwenden kann. Bevor wir aber zu unserem Beispiel gehen, will ich mit euch sehr vereinfacht die Lösungsansätze durchgehen. Wenn ihr zum Beispiel für die Prüfung auch noch das verbesserte Euler-Verfahren oder das Euler-Verfahren für Differenzialgleichung zweiter Ordnung verstehen müsst, ist das bestimmt keine schlechte Idee. Es fängt natürlich alles an mit einer Differenzialgleichung der ersten Ordnung, y' ist gleich f von xy, die nicht exakt lösbar ist in diesem Fall, und mit einem Anfangsproblem, y von x0 ist gleich y0. Das Ganze sollen wir dann näherungsweise lösen, im Bereich a bis b. Das heißt, wenn wir uns das Ganze anhand einer Kurve vorstellen, also ich habe hier ein Koordinatensystem, und das hier wäre theoretisch die exakte Lösungskurve, die wir natürlich nie erreichen werden, deshalb dieser Näherungsverfahren. Und diese exakte Kurve wollen wir im Bereich a bis b jetzt annähern. Bildlich können wir uns das Ganze so vorstellen. Und neben diesem Bereich haben wir natürlich noch einen Anfangswert gegeben. Das Anfangswert kann man auch als einen Punkt auf der exakten Kurve sehen, mit den Koordinaten x0 und y0. Als nächstes unterteilt man diesen Intervall zwischen a und b in n gleiche Teile. Dabei ist h die Schrittweite, und h wird berechnet mit obere minus untere Grenze durch n. Ich habe mich jetzt für diese Aufteilung hier entschieden. Ich habe drei gleich große Bereiche, wobei h genau die Breite dieser Bereiche ist. Und jetzt kommen wir zu dem tatsächlichen Lösungsansatz. Bei P0 wird die exakte Lösungskurve, also die blaue, durch eine Tangente ersetzt oder angenähert. Das Ganze sieht wie folgt aus. Wir legen eine Tangente in P0. Und mit Hilfe dieser Tangente bestimmen wir einen weiteren Punkt P1. Mit den Koordinaten x1 und y1. Nachdem P1 bestimmt wird, wiederholen wir dieses Verfahren. Das heißt, wir legen wieder eine Tangente, bestimmen einen Punkt P2 mit den Koordinaten x2, y2. Und dann wieder eine Tangente, dann noch ein Punkt P3 mit den Koordinaten x3, y3. Und was wir am Ende haben, ist dann ein Polygon oder Streckenzug nach Euler. Was bei den Spitzen jetzt nach dieser kurzen Erklärung klar sein sollte, ist die Tatsache, dass das Euler-Verfahren keine exakte Lösungskurve liefert, sondern dass es ein punktweise Verfahren, das eigentlich nur Punkte liefert, die die tatsächliche Lösungskurve annähern. Für diejenigen von euch, die an dieser Stelle erwarten, eine Formel zu sehen, die Zusammenfassung des Euler-Verfahrens gibt es erst nach der Beispielaufgabe. Und zwar, meiner Meinung nach, ist es einfacher, diese wiederholbare Formel zu verstehen, wenn man ein Beispiel schon mal gerechnet hat und sich das Ganze zusammengereimt hat. Und jetzt zu unserer Beispielaufgabe. Berechne zwei numerische Nährungswerte für das Anfangsproblem, also gegeben haben wir eine Differenzialgleichung und einen passenden Anfangswert, indem du zwei Schritte mit dem Euler-Verfahren im Intervall 0,1 bis 0,3 durchführst. Gib die Nährungswerte gerundet auf sechs Stellen nach dem Komma an. Für den Fall, dass euch das zu schnell ging, drückt bitte auf Pause und liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, werde ich den ganzen Lösungsweg dieser Aufgabe auch hier an der Seite grafisch darstellen. Und ich glaube, das trägt ein bisschen bei zum besseren Verständnis. Also, wir haben hier die exakte Kurve abgebildet, die wir eigentlich nie rauskriegen werden. Und wir erinnern uns, es fängt alles an mit einem Punkt P0 auf dieser Kurve. Dieser Punkt P0 ist genau unser Anfangswert, oben nochmal mit grün dargestellt. Und dann ist das auch unser Startwert, dieser x0. Wir müssen ja alles im Bereich 0,1 bis 0,3 ausrechnen. Und als allererstes werden wir dann die Schrittweite bestimmen. Dafür setzen wir einfach die Werte für b, a und n in dieser Formel. Das wird dann wie folgt aussehen. b ist ja klar, obere Grenze 0,3, a 0,1. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich n? Nirgendwo in der Aufgabenstellung steht was darüber. Naja, wir haben den Bereich von 0,1 bis 0,3. Wir müssen zwei Schritte durchführen. Also, es wäre sinnvoll, wenn wir für n natürlich 2 nehmen. Das heißt, praktisch, wir haben dann 0,3 minus 0,1 sind 0,2. Geteilt durch 2, das Ganze ist dann 0,1. Und das tragen wir jetzt auch an unser Schaubild ein. Also, das heißt das für uns. Wir haben dann zwei Bereiche, entsprechend mit dem Abstand h. Das ist ja 0,1. Und das bedeutet, unser x1 wird dann 0,2 sein. Und unser x2 wird dann 0,3 sein. Im zweiten Schritt können wir auch endlich mit unserem Verfahren loslegen. Und zwar, unser Ziel ist natürlich, die Koordinaten von P1 zu bestimmen. Wir nehmen uns dafür, legen wir eine Tangente an P0. Und mit Hilfe dieser Tangente bestimmen wir dann P1. Okay, ich werde jetzt nicht über die gleiche Tangente das Ganze herleiten, sondern ich gebe euch zwei fertige Formeln. So müsst ihr es auch später können. Die Formel für x1 ist sehr einfach. Die kann man auch hier am Schaubild sehr gut nachvollziehen. x1 ist einfach x0 plus h. Und das rechnen wir auch natürlich aus. Also, wir sagen dann x1 ist dann x0. Das sind ja 0,1 plus h zufälligerweise auch 0,1. Also haben wir 0,2. Leider ist die Formel für y1 nicht so einfach zu verstehen. Wenn wir uns den Aufbau ein bisschen anschauen, okay, dann kommen erstmal bekannte Sachen vor. y0 haben wir auch. Das ist hier 1. h haben wir auch. Aber dann kommt dieser f von x0, y0. Um das hier auszurechnen, müsst ihr auf eure Differentialgleichung schauen. Da oben mit rot abgebildet. Das ist ja f von x, y sozusagen. Das bedeutet, wir setzen jetzt in dieser Gleichung da oben rechts für x und y, x0 und y0. Entsprechend 0,1 und 1. Das heißt dann, y1 wäre entsprechend y0, das ist ja 1, plus h, 0,1, mal, und weil es mehrere Terme sind, wird natürlich alles in Klammer gesetzt, haben wir 3 mal y0, 3 mal 1, minus e hoch 2 mal x0 und das ist 0,1. Natürlich ist das ein Job für den Taschenrechner, wenn man es vor allem auf die sechste Stelle nach der Komma genau haben möchte. Ich habe das bereits eingetippt und habe als Ergebnis 1,177860. So, damit haben wir natürlich auch diesen Punkt, den kann ich gerne nochmal hier hinschreiben. Das ist der Punkt P1 mit den Koordinaten, also x1 war 0,2 und y1 war ein bisschen länger, 1,177860. Okay, ist ja klar, nachdem wir erstmal P1 haben, brauchen wir auch noch P2. Um P2 zu bestimmen, müssen wir natürlich wieder eine Tangente in P1 anlegen und die sieht dann so aus, damit kriegen wir auch P2 raus. Und an der Formel ändert sich eigentlich auch nicht viel, die werden nur ein bisschen erweitert. x2 ist dann x0 plus 2h, kann man auch hier am Schaubild sehr gut nachvollziehen. Wenn ich von x0 2h nach rechts springe, dann bin ich bei x2 und das rechnen wir jetzt auch aus. Wir können dann sagen, x2 ist dann 0,1 plus 2 mal 0,1 sind entsprechend 0,3. Übrigens mal so am Rande, man kann auch anders diese x2 ausrechnen. Man kann ja auch von x1 1h nach rechts springen. Für den Fall, dass Sie es so aus der Vorlesung kennen, dann könnt ihr ja auch sagen, alternativ hier x2 ist x1 plus h. Kann man auch rechnen. Geschmackssache. Bei y2 haben wir leider nicht so viel Auswahl. Ich schreibe sie mir ein bisschen weiter unten, wird ein längerer Term. y2 ist dann y1, das ist dieser 1,177860. Dann kommt plus h plus 0,1 mal und dann setzen wir wieder diesmal x1 und y1 in unserer Differentialgleichung oben rechts sein. Entsprechend haben wir 3 mal y, das sind ja 3 mal diese ewig lange Zahl, 1,177860. Und dann kommt minus e hoch 2 mal und x1 ist natürlich jetzt 0,2. So, das wird natürlich wieder alles im Taschenrechner eingetippt und als Ergebnis habe ich rausbekommen 1,382036, damit das auch mit der Aufgabenstellung übereinstimmt. Also können wir auch den zweiten Punkt jetzt sauber angeben. p2 ist dann entsprechend 0,3 und dann 1,382036. Und vergiss nicht, eigentlich ging es bei dieser Aufgabe nur darum, diese zwei Punkte hier zu bestimmen. Also p1 und p2. Wie bereits versprochen, nach dieser Beispielaufgabe kommt auch eine kleine Zusammenfassung mit einer verallgemeinerten Formel. Also die Lösung yx einer Differentialgleichung erster Ordnung mit dem folgenden Anfangsproblem lässt sich nach dem Euler-Verfahren punktweise wie folgt berechnen. Das heißt, die allgemeine Formel für ein allgemeiner Punkt p, k, x, k, y, k gilt. Für x, k haben wir die Formel x0 plus k mal h und wie bereits erwähnt, hier gibt es noch eine Alternativformel. Nutzt am besten das, was ihr aus der Vorlesung kennt. Und die verallgemeinerte Formel für die y-Koordinate sieht wie folgt aus. Wenn euch dieser Fall gemeinerte Formel viel zu kompliziert vorkommt, orientiert euch bitte an die Beispielaufgabe, die wir gerade gerechnet haben. Ich glaube, da kann man sich ganz gut vorstellen, wie die Formel dann auch für p3, p4 und so weiter aussehen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit diesem Thema gibt es natürlich noch das verbesserte Euler-Verfahren oder das Euler-Verfahren für Differentialgleichung zweiter Ordnung. Es gibt allerdings auch viele Verfahren, mit denen man Differentialgleichung exakt lösen kann, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit lineare, homogene und inhomogene Differentialgleichung in der Ordnung oder Ansätze wie Variation der Konstanten, Trennung der Variablen und so weiter. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Vielen Dank.